Angebote, Nachfrage, moderne Marktwirtschaft, so läuft der Handel nun mal. Das sind so ein bisschen die Argumente, die ihr in den Kommentaren zum gestrigen Video zur Munition aufgeworfen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein ganz klein wenig verwundert, wie schnell die Betroffenen hingehen und es rechtfertigen, warum es normal ist, dass jetzt die Preise hoch sind und wir das einfach akzeptieren müssen. Es wird schnell auf andere Produktgruppen referenziert, sei es um Kleidung, es wurde sogar der Vergleich zum Immobilienmarkt angeführt, etc., dass ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann irgendwo. Was war denn Gegenstand meiner initialen Kritik bei dem Munitionskauf? Ich habe nicht zwingend oder nicht vordergründig die Preise für die Primärmunition, die ich geholt habe, kritisiert. Ich unterscheide ein ganz klein wenig, ob es Munition ist, die höchstwahrscheinlich erst vor kurzem bestellt und angeliefert wurde und Munitionsreste, die irgendwo bereits bezahlt sind. Das ist für mich ein ziemlich großer Unterschied. Ich kenne das eigentlich so, wenn ich irgendwo zu einem renommierten, vernünftigen und fairen Händler gehe und ich sage, ich möchte gerne einen 9mm kurz oder eine 7,65 Browning, also 32 Auto, irgend sowas haben und der hat noch vielleicht zwei, drei Schachteln im Regal liegen. Weil es einfach eine Munition ist, die nur selten verkauft wird, weil sie weder im Defensivbereich mehr groß Zuspruch findet, noch wird sie sportlich nennenswert eingesetzt, außer in ein paar Subdisziplinen. Dann ist es sehr, sehr häufig so, dass der Händler sagt, hier komm, die liegen schon so lange hier rum, die sind schon bezahlt, die kriegst du für einen Zehner die Schachtel. Sie ist einfach nur als Hausnummer. Diese Munition wurde vor keiner Ahnung wie lange bereits erworben. Sie liegt da und bevor sie komplett verschimmelt, gibt der Händler sie lieber raus und hat vielleicht noch ein paar Cent noch dran gemacht und er hat zumindest mal sein Regal freigeräumt. Geht aber ein Händler hin und weil eben gerade der Markt sagt oder die Umstände sagen, die Preise müssen hier oben sein und macht bald genau der gleichen Lagerware, die dort liegt seit einem Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und haut dort den aktuellen Preis drauf für Munition, die er vielleicht gerade erst gekauft hat, Das finde ich irgendwo dann nicht mehr ganz in Ordnung. In meinem Fall war es das Kaliber 3,80 Auto bzw. 9 mm Browning kurz. Der Händler, in diesem Moment war es Franconia und ich kritisiere ja nicht Franconia direkt, ich kritisiere nur dieses Vorgehen in dem Moment, hatte, als ich gefragt habe, ob sie noch 9 mm Browning Kurz Munition auf Lager hätten, dies bejaht. So, der Verkäufer, ein sehr netter, sage ich ganz ehrlich, aber wirklich super, super nett, ging ins Lager und kam mit drei Schachteln wieder zurück. Das war eine, ich glaube eine Gecko mit 25 Schuss drin, das war eine, ich glaube eine S&B und es war Magtech. Er sagte mir, sie hätten von den Magtech noch zwei Schachteln da und zwar, ich glaube, Holopoints, JHPs. Er hat dann nachgeschaut und dann war es tatsächlich nur noch eine Schachtel JHP und eine Schachtel Vollmantel, FMJ. So, das heißt, wir sprechen hier tatsächlich über Munition, wovon so gut wie nichts mehr auf Lager ist, nämlich jeweils nur eine Schachtel. Es hätte von der einen Sorte sogar zwei Schachteln da sein sollen, was aber nicht der Fall gewesen ist. Und hier hätte ich jetzt eigentlich erwartet, verlangen kann ich das nicht, aber ich hätte es erwartet, dass gesagt wird, okay, hier, diese Munition wurde vor, keine Ahnung wann, eingekauft. Gib mir zwölf Euro die Schachtel und es ist gut. Wie gesagt, nur als Hausnummer. 15 Euro wären von mir aus auch noch okay gewesen, weil ich weiß, dass die 9 kurz ein bisschen teurer ist. Und so würde das im Normalfall bei einem kleineren Händler, so kenne ich das jedenfalls, auch gehandhabt werden. Aber hier ist aber nun der Punkt, dass ihr diese, diese Verteuerung eines bereits bezahlten Produktes rechtfertigt. Und das verstehe ich nicht. Ja, wenn ich, wenn ich Munition in diesem Moment als Kommissionsware kaufe, dann bin ich abhängig von den Preisen, die mir der Hersteller zu dem Zeitpunkt dann nennt. Wobei das auch vom Hersteller nicht korrekt ist, weil die Munition wurde zu anderen Preisen produziert. Die Rohstoffe wurden zu anderen Preisen eingekauft, sodass die Munition, die ich auf Kommission dort liegen habe, eigentlich auch zu dem Produktionspreis plus natürlich Spanne wieder verkauft werden sollte. Aber okay, Marktwirtschaft, verstehe ich. Jetzt müssen wir aber ein Stückchen weiterdenken. Und deswegen verstehe ich auch diese, diese permanente Referenzierung auf Lebensmittel, auf Kleidung, auf Immobilien. Von mir aus auf Autos, auf Schiffe, ist mir scheißegal. Verstehe ich nicht. Denn wir bewegen uns hier im Schießsport. So, und der Schießsport unterliegt nun mal gewissen Voraussetzungen, dass wir ihn ausüben dürfen und dass wir die Waffen, die wir verwenden, besitzen dürfen. Und eines dieser Punkte nennt sich schießsportisches Bedürfnis. Ein erweiterter Punkt davon ist der Nachweis über das fortlaufende Bedürfnis. Wenn nun viele, viele Sport schützen und wir klagen ja schon massiv über Nachwuchsmangel, sich diesen Sport aufgrund dieser hohen Preise nicht mehr leisten kann, kommt er nicht zu seinen Terminen. Kommt dann die Aufforderung der zuständigen Waffenbehörde, das fortlaufende Bedürfnis nachzuweisen und du kannst es nicht, weil du nicht mehr schießen gehen kannst, weil du dir es nicht leisten kannst. Dann verlierst du dein Bedürfnis. Und dann musst du deine Waffen weggeben. Ich weiß, ihr geht immer nur raus und unter 5000 Schuss Munition geht ihr beim Händler nicht weg. Ich weiß, der Skisport ist ein teurer Sport, während sie es sich nicht leisten soll, soll es sein lassen. Ich weiß, der Widerlader, der hat es immer besser. Wenn ich diese Sprüche höre, dann sehe ich auch ein Stück weit die massive Unsolidarität untereinander. Das Unverständnis. Stellenweise vielleicht sogar ein bisschen Arroganz gegenüber denen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die diesen Sport ausüben wollen, ihn sich aber vom Munde absparen müssen. Es ist auch egal, ob ich Großkaliber, Kleinkaliber, Druckluft, was auch immer schieße. Alles ist im Moment teurer geworden. Wenn ich aber allem immer mit einem Gegenbeispiel aus einer anderen Produktwelt begegne, wenn ich immer hingehe und diese Argumentation bringe, der Widerlader, der ist total fein raus. Nein, ist er aktuell nicht, weil er kommt genauso wenig an Pulver, Geschosse und Zündhütchen dran, wie wir an fertige Fabrikmunition. Wenn immer wieder hingegangen wird und gesagt wird, wer es sich nicht leisten kann, soll den Sport aufgeben oder soll ihn gar nicht erst anfangen. Ich glaube, der hat den Knall noch nicht gehört, dass es dem Skisport richtig beschissen geht. Wir sind mit dem Rücken kontinuierlich an der Wand. Wir werden permanent vor dem Gesetzgeber in eine Schublade gesteckt. Die Verbände kacken sich gegenseitig an, die Mitglieder der Verbände kacken sich gegenseitig an. Sodass hier in der Tat eine sehr, sehr große unsolidarische Behandlung derer erfolgt, die vielleicht sich tatsächlich die Ausübung dieses schönen Sportes vom Munde absparen. Und mir ist es relativ egal, wenn ich Munition kaufen gehe, was draußen Mehl kostet, Öl kostet oder was auch immer. Weil ich kaufe gerade kein Mehl oder Öl, ich kaufe das Betriebsmittel für die Ausübung meines Sportes. Und das ist nun mal die Munition. Und ich verstehe, wie eingangs gesagt nicht, wie ihr das auch noch rechtfertigen könnt, dass das eben die moderne Marktwirtschaft ist. Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Nein, in diesem Moment regelt weder das Angebot noch die Nachfrage den Markt. Denn hier wird im Moment der Markt über die mangelnde Verfügbarkeit geregelt. Und damit wird der Preis definiert. Wir haben einen Mangel an Rohstoffen angeblich. Wir haben einen Mangel am fertigen Produkt. Dadurch steigt der Preis. Das Angebot ist gering. Die Nachfrage aber saumäßig hoch. Ja, natürlich ist es irgendwo Angebot und Nachfrage. Aber ist das denn auch alles korrekt? Wie sieht es denn mit der Verfügbarkeit von Munition im benachbarten EU-Ausland aus? Ich habe meinen Blick auf einen Waffenladen in der Tschechheimer geworfen. Dort scheint Munition noch einigermaßen verfügbar zu sein. Was zumindest mal die Übersetzung hergegeben hat. Aber hier, wenn man in die Läden guckt, ist es reduziert, eingeschränkt, teilweise gar nicht vorhanden. Dann wird argumentiert, ja, dann geh doch zum Sportschützen Weiß. Der ist total billig. Ja, das hilft mir doch nicht, wenn ich 20, 30, 40 Euro Versandkosten aufbringen muss, damit ich das Material bekomme. Und wenn der Sportschützen Weiß die Munition günstig anbieten kann, warum können das die anderen denn nicht? Dann wurde er auf günstige Versandkosten von arm24.de verwiesen. Ja, das hilft mir aber nichts, dass der für 9,99 Euro die Munition versendet, wenn er aber nichts auf Lager hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Argumentation, die hier teilweise unten in den vielen, vielen Kommentaren, wofür ich euch ja dankbar bin, platziert werden, die hinken vorne und hinten irgendwie. Und ich verstehe es einfach nicht. Und ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Ich möchte meinen Sport ausüben. Ich kann ihn vielleicht aktuell nicht so ausüben wie vorher, weil eben das Verbrauchsmaterial pickelteuer geworden ist. Aber eine Rechtfertigung für diese Verteuerung, insbesondere für reine Lagerware, die zu einem billigen Preis oder günstigeren Preis eingekauft wurde, diese zu verteuern, finde ich irgendwo nach wie vor nicht gerechtfertigt und nicht in Ordnung. Vielen Dank.